was geht aber herzlich willkommen zu meinem video heute spiele ich minecraft die nächste episode von ja die nächste episode lasst einen like abonniert bitte das ist das Ende von euch und heute gehe ich mal da mal sehen wenn die ich will mal ok 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 sehen die mich überhaupt ok ok das wird schwer sein glaubt mir ok ok Das ist ja so. Aber wie geht es? Ist das? Ja. Da, du hast du den Kopf? Ja. Hey, du hast einen Kopfschirm? Okay. Kann ich das auch mitnehmen? Nein, okay. Komm her, also wenn man die schützt, dann kommen sie her. Ja. Nice. Das ist nice, Leute, nice. Schön, danke. Okay, okay. Ich bin der Kran, ich bin der Kran. Ich bin der Kran. Nein, danke. Ich bin der Kran. Ich bin der Kran. Ich bin der Kran. Ich bin der Kran, ich bin der Kran. Das ist für meine Sachen. Ich weiß nicht. Das sind für meine Sachen. Du bist nicht so, Peter. Was ist das? Wir sind schon wieder. Ja, ich muss das. Ich will das. Ich will das. Jetzt muss ich dir die Tür. Das ist alles die Diamante. Ich will das nicht die Diamante. Ich will das alles die Diamante. Okay. Was ist das? Bittes Omen. Was? Was ist das Bittes Omen? Das reicht noch nicht. Was ist Böses Omen, Leute? Das ist eine Stunde lang. Okay, ich glaube ich bin fertig hier. Mal sehen, was da drinnen ist. Aber Leute, ich weiß nicht was das ist. Okay, Leute, schreibt in die Kommentare was das ist. Ich weiß nicht. So. Küste. Okay, 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 okay. Bam, 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 bam. Zu den Pfeilenbogen kann ich auch noch nehmen. Brauch ich aber nicht, aber kannst du mal nehmen. Das ist auch ein Eisengolem. Okay. Ich werde die Eisengolem jetzt retten. Weil ich sie retten werde. Okay. Leute, wir sehen uns bis ich die alle beide geöffnet habe. Okay und der letzte. Okay, du bist befreit. Also da war ich schon. Dort war ich schon. Auf diese Dinkse. Jetzt gehe ich mal aus. Ja, jetzt gehe ich mal dorthin. Also die sind nicht gut und nicht schlecht. Die Dinkse. Aber ja, let's go. Okay, das sieht schon schön aus. Aber ja. So. Ich glaube, ich weiß, wo ich hingehen soll. Okay, ich gehe mal von Chia bis nach dort unten. So. Okay, was ist hier? Da kann man Bücher hingeben. Ich brauche das auch noch. Ich nehme die Bücher gerne mit. Okay. Okay. Welche habe ich mitgenommen? Ich habe mich mitgenommen. Leute. Was? 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 Wo ist meine Schulkerbox? Heißbucket. Was? Was ist meine Schulkerbox? Was? 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 warte wo ist meine schulkerbox ja sagt mir bitte nicht wo ist doch meine schulkerbox leute wenn ich jetzt nicht meine schulkerbox finde dann lasse ich gleich aus weil in meine schulkerbox habe ich alles reingegeben schulkerbox anna poslamm ist eine schule fange das ist Wo ist... Was? Ist es noch da? Ok... Ich glaube dort ist mein Schuko-Box. Bitte sei dort. Ich bin nicht an Ress Schaus. Ja, okay. Ja? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ich bin aber auch in Karten. Ja, oder? 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 Oh, ba! Boom! Boa! Böses Omen 99 Minuten Das ist halt etwas anderes Ich habe meine Schülkerbox gefunden Das macht nicht Glücklich Leute, jetzt kann ich wieder Dorthin gehen wo ich hingehen wollte Ich muss niesen Leute Doch nicht Egal Ich dachte Ich habe meine Schülkerbox verloren Leute Das hätte ich mir nie entschuldigt Aber ja Mal sehen Warum ist hier alles Eier Das war ich Meine Schülter Aber Was ist jetzt hier los? Oh nein, du kommst nicht rein Ein Fass Kann ich auch mal Kann ich auch mit üben Aber Ich vertausche das mal Ich vertausche das mal Okay, also machen wir so Hallo Okay Also das Schild brauche ich jetzt auch mit nicht Nehmen wir mal das auch mit Nehmen wir mal das auch mit Nehmen wir mal das auch mit Was ist das? Leserpult Oh, Leserpult kann man auch gebrauchen Kann man wirklich auch gebrauchen Okay 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 gibts Ich lasse bien Ich lasse Tja, also hier könnten schöne Sachen sein, also was sehe ich hier? Ich sehe Eisen und Dings da. Okay, schade, nichts, aber keine, wie ist das? Ich töte dich an. Hauptzug, Hauptzug, wo bist du? Oh ja, ich habe Mond. Was? 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 Doch nicht jetzt. Was? Was? Was sind die die Lautzug. Verbleibende Kreaturen. Zwei. Wo sind die dann? Wo sind die, wo? Wo sind die? Wo ist der letzte? Dort? Ok Ok, wie viele Abzüge wird er noch machen? Das ist nicht. Sie sind da? Ja, Sabrina, hier sind sie auf dem Handel. Das ist nicht so gut. Er ist nicht so gut. Er ist nicht so gut. Er ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Der hat sich so gut. Was ist das? 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 Okay, Leute. Okay, Leute. Was ist das? Dorfheld. Ja. Ah, also ich bin Dorfheld. Ich bin Dorfheld. Oh, das kriege ich. Okay, ich bin Dorfheld. Okay. Alright, Leute. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Oh, Leute. Ich bin Dorfheld. Nice. Also, das heißt, dass ich schon alles nehmen kann, oder was? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich brauch das nicht. Nein, Leute. Komm. Was? Okay. Okay. Leute. Es ist schon krass, im Dorfheld zu sein. Dann nehme ich das Halt mit. Und wir gehen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Ähm. Ja, Leute. Lasst einen Eck da. Abonniert bitte. Und wenn ihr traden wollt, und es zu viel kostet. Dann verteidigt das Dorf. Und dann der Dorfheld. Keine Ahnung. Und dann kostet es viel weniger. Das ist schon... Das ist schon... Das ist schon gut. Da war ich auch schon. Da war ich auch schon. Ich geh mal dorthin. Mal sehen, was da ist. Okay. Schmelzofen. Ich kann mich auch noch mitnehmen. Ich kann mich auch noch mitnehmen. Morgen. Ich will das mal sehen. mal sehen bitte sterben also ich habe keinen platz also so wo gehe ich jetzt hin sollte ich glaube ich gehe mal zurück leute ich gehe mal zurück ich gehe mal zurück ich gehe mal zurück Hehehe Ja, die sind feuch. Da sehen wir... ... wie sie Hello? No, No Das ist das ist der Das ist der Einzel ein Das ist das eine Einzelmüli ich gehe jetzt mal zu hause und wir sehen uns bald ja was leichter abonniert bitte auf wiedersehen